Hallo? Ach, scheiße. Sorry. Tut mir leid. Ah, okay, okay, okay. Der Helikopter dreht noch eine Runde. Sucht euch Deckung. Uh, hier nochmal. Zack und zack. Oh, ja, ja. Na gut, hey, okay, okay, bleib mal noch cool, bleib mal noch cool. Du kannst ruhig anders lang gehen, oder? Kann der da jetzt eigentlich mal verschwinden, oder? Wäre ja schon nett. Gut. Oh! Gut. Da rechts war grad... äh, links war keiner. Oder? Wer schießt denn da? Oh, okay. Der bleibt mal cool hier. Der hab ich ja ganz vergessen. Ah. Oh, voll ins Bein. Aber der ist, äh, Wolverine und die macht es aus dem Halt ja alles. Ha. Gibt es ja nichts. Oh, ei, ei, ei. Ach, du Schei, ei, ei, la, 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 la. Oh, 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 oh. Das kann doch nicht sein. Aber dieser Gath auch mit dabei. Was ist denn das hier? Jaja, das solle halt ein anderer drinnen und drinnen. Ist mir auch egal. Oh. Der Helikopter dreht noch eine Runde. Sucht euch den Kopf. Ja, gleich zwei. Ist ja super. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Oh, Glück weiß der gerade etwas weiter weg. Ja, jetzt muss der nachladen. Das ist ja super. Ja, toll. Da hatte ich jetzt schon meine... Ach, krass. Oh, ja. Wisst ihr was? Das ist mir auch scheiße. Das ist ja auch der Runde. Und dann geht's. Was zum... Oh, mein Gott, ey. Das kann doch nicht sein. Der Helikopter dreht noch eine Runde. Sucht euch Deckung. Ja, tut's halt. Ich meine, das kann doch echt nicht sein. Scheiße. Oh, du hättest ein Besseres zu tun, oder? Oh, ich bin jetzt aber leid. Anges. Auf, bin ich gerade unter euch? Schaffen bis etwa jetzt? Böööö. Kapitän Price. Da da sind Ziller-Raketen im Schoppen. So, einen Stinger schaffen und den Hubschrauber abschießen. Ach no. Sie setzen Teuschkörper ein. Das wird schwer. So, noch eines Dinger und erneut feuern. Stellen wir ihn auf die Probe. Wer ist denn da? Hallo? Ah. Verdammt gut geschossen, Soap. Oh, dankeschön. Oh, es war schon. Ha, schön. Alle mal auf mein Kommando, wir rücken ab. Nun gut. Aber hier nehme ich jetzt mal, glaube ich, noch die G36C. So ein bisschen Munition, schön schön. Ach, da noch. Bravo 6, diese AC-130 bringt gerade in eurem Luftraum ein. Ende. Bravo 6, Warhammer in Bereitschaft. Ich habe gehört, ihr könntet ein bisschen Hilfe gebrauchen. Gib mir ein Ziel. Warhammer, Feuermission, Gefahr. Feindliche Panzer und Infanterie, 100 Meter südwestlich unserer Position. Over. Verstanden, wir kommen. Oh. Sollen wir? Das heißt dann wohl, ja? Ja, dann kommen wir. Moment mal, hier überlebt keiner. Bravo 6, wir geben Deckung auf den Weg zur Evakuierungszone. Hallo. Oh, das Rad. Das arme Rad. Jetzt ist er tot, jetzt keine Sorge. Hm. Hallo. Was ist denn mit dem? Hm. Hm, zumal. Oh. Ja, das ist natürlich ganz normal. Das ist auch jedes Flugzeug. Das sind wir jetzt drin? Wir sind jetzt da drin. Ach so. Wir sind der Schütze. Oh. Wir sind da drin. Wildfire. Wir bewegen uns die Straße entlang auf eine Stadt Richtung Osten zu. Oh. Haben Sie Sichtkontakt? Nein. Haben Verbündete in Sicht? Da sind sie. Kein Beschuss von Zählen mit Blickssignal. Das sind Verbündete. Bitte bestätigen, dass ihr die Kirche in der Stadt seht. Wir sehen, wie es kann losgehen. Verstanden. Wir sind da. Schieben Sie los. Wir werden nicht autorisiert, die Kirche abzugreifen. Kein direktes Feuer auf die Kirche. Eins der Fahrzeuge fährt. Eines der Fahrzeuge bewegt sich gerade. Da kommen welche aus der Kirche. Bewerfende, die Feinde nähern sich von der Kirche. Bitte Feuererlaubnis. Sie haben das Erd. Sie haben Erlaubnis für den fahrenden Wagen und jegliches Personal. Bestätigt. Der Trupp hat Angriffserlaubnis, aber es wird nicht auf die Kirche geschossen. Aufhersack. Verstanden, der Typ bewegt sich. Das sind unsere. Oder? Feindliche Einheiten auf der Straße. Ey, das sind ja unsere. Also, nicht, dass ich jetzt will, dass die uns sterben, aber ich weiß, sonst wo die unsere Freunde sind. Und... Hallo. Hallo. Oh, das ist mir leid. Platz. Feindliche Einheiten auf der Straße. Ich habe Ihnen ein saures. Ähm, das ist zu nah an der Verstärkung. Ich wiederhole, zu nah an der Verstärkung. Auf die Klingssignale achten. Ja, bumm. Verstanden, der Typ bewegt sich. Schlappt euch die Typen. Räuschet sie aus. Suche Dekko bei der Mauer. Wow. Wir sind bereit. Direkter Treffer. Hallo, 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 hallo. Ja, würde ich auch mal sagen. Das ist nicht unser, oder? Ja, mein Freund, das Fahrzeug. Negativ, negativ, nicht angreifen. Nichts.